hallo ihr lieben und herzlich willkommen zurück zu seven days to die mit robben das hat ja gepasst gerade ja wir wollen heute in der folge ein bisschen looten gehen und mal schauen ob wir ein paar wärmere kleidung bekommen dass wir im schneegebiet nicht so schnell erfrieren genau ein paar jacken und sowas genau aus finde das mit dem eingang hier schön ist echt cool ja von ungewohnt noch ja mal gucken irgendwo ist schon haben wir schon gehört die könnten auch vielleicht auch in den in der kirche drin sein oder so ich glaube das bauen ab und zu auch mal welche ich wollte erst mal wasser holen wenn wir einmal draußen sind wir brauchen nämlich wieder ein bisschen was an wasser und dann würde ich sagen geht robben heute einfach mal vor und dann gucken wir mal wo wir hingehen sonst bin ich immer vorgelaufen jetzt kannst du mal entscheidend ja ja ist ja so warte mal wo waren wir denn noch nicht das ich weiß gar nicht wo wir noch nicht wollen das ist das denn ja zwar ein bisschen merkwürdig aus ja okay also in richtung der schatzes ich laufe dir einfach hinterher ja aber wo haben wir schon so weit in unserer umgebung hier alles so eigentlich ja ja immer die stadt die zieht sich so über dem händler vielleicht noch ein bisschen weiter in der richtung das zumindest bei mir noch nichts aufgedeckt ja wollen wir da mal in richtung den händler über kummer machen genau da kann man sich ja zumindest auch in sicherheit bringen falls irgendwas ist oder so genauer stimmt ja das ist natürlich doof dass es gerade regnet wieder ja es gewittert ja und zombie cool ja zombie klatschen hast du meine einladung schon angenommen gruppeneinladung oh ne ne ich sehe dich nämlich noch nicht genau sehr schön aber jetzt aber so aber hattest du nicht irgendwie was gesagt wir sind zwar in der gruppe aber kann man nicht noch ja wir sind verbündete aber nicht in der gruppe dann warte mal ich kann dich auch zum anführer annennen passiert da irgendwas keine ahnung ich hab dich jetzt einfach mal zum anführer gemacht äh aber ich glaube das ich weiß auch nicht was das bedeutet oder vorher war ich der vielleicht weil ich dich eingeladen habe keine ahnung genau ja ja wir müssen wir müssen sowieso noch so ein bisschen was lernen und ich denke mal in 100 folgen haben wir dann wahrscheinlich auch irgendwann unsere werkbank mal ich glaube auch ja irgendwann soll ich mir die mal haben ja brauchen halt noch halt viel 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 level punkte das ist halt das problem ne ja stimmt apropos level punkte ich muss auf jeden fall intelligenz leveln da brauche ich aber zwei punkte damit ich dann fortgeschrittener ingenieur endlich weitermachen kann ja aber das aber ich denke mal dass das wird schon das werden wir schon noch hinkriegen wir können halt ein bisschen müssen halt ein bisschen xp fahren das kriegt man schon hin ja ich denke mal ja ist das eigentlich steine was gucken der händler hat dieses hausgebäude einfach hier weiter und dann nach links ein stück glaube ich ja stimmt da einfach die straße folgen mal wieder aufhören glaube ich wieder durch die überlaufende city mhm na und das gerade bei mir wird da wo man nicht so schnell laufen kann ja ja vielleicht sind wir ja den ein oder anderen zombie da rechts kommt schon wieder einer ich weiß gar nicht gibt es noch andere zombies eigentlich gibt es ja übelst viel zombie orten ja kann sein dass sie recht später noch kommt ein paar ich denke da fehlen bestimmt noch ein paar also zumindest erstmal hell ja weil ich glaube es regnet ich habe zumindest den regensauten noch ach so ne der ist bei mir schon weg ein bisschen blei und zombie ja du schießt wieder mit pfeilen oder ist ein hase hier rechts ist gleich ein hase und da hinten kommt ein dicker stimmt hase leer 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 Mist oh da ist ein dietrich drin den nehme ich natürlich oh ach da kommt ein fetter ich kümmere mich erstmal um die dame hier oh das ist ein spucker ja nicht gut meine so jedenfalls mal nachgeladen ja gut wir können ja eigentlich in die richtung weitergehen ja in die richtung müssen wir gar nicht weiter müssen wir in die richtung hier weiter zum händler ich habe den gerade glaube ich das bein abgeschossen genau in die richtung weiter und dann nach links müssen wir ja ok na dann ich folge dir einfach mal ok ja mal sehen wir wie es gibt vielleicht gibt es ja irgendwas noch bei dem händler dahinter weil da zieht sich ja die stadt so ein bisschen nach links eigentlich ja gut wir haben halt auch gerade mal ein bruchteil von der webberkunde es gibt glaube ich noch 50 unterschiedliche cities ja ja das ist auch nicht so gold ja 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 keine blöden viecher ja 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 gibt es noch ein paar Zeitungsständer. Mal gucken, ob wir die schon gelootet haben. Die müssen ja eigentlich, glaube ich, sowieso hier nach links hinten. Ich glaube, ja. Ach, die sind alle schon leer. Ach, Manu. Naja. Ich habe ihnen das Bein abgeschossen. Oh, das arme Bein. Was hat der? Tee nehme ich mit. Munition. Okay, sehr gut. Oh, da ist ein Tier rüber. Ach, irgendwer kommt ja. Für das Vieh-Jahr-Munition habe ich genug. Wurde mal, wir könnten eigentlich hier durchgehen. Ja, ich glaube, ich glaube, du weißt hier besser, wo es lang geht. Ja. Hä. So. Hm. Hier gibt es gar nichts drin. Hm. War mir vielleicht schon drin, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir waren hier schon drin, ja. Ja. Gibt es noch ein bisschen Geld? Hier geht es mal hoch. Ich gehe mal hoch, ne? Hier geht es mal hoch, okay. Hoch. Ja, sieht nicht mehr so gesund aus. Okay, Wasserbehälter nehme ich natürlich mit. Ja, hallo, ich bin über dir. Ja, okay. Du bist von hier hinten hoch, okay. Oh, ich habe da was gesehen. Was hast du gesehen? Ich habe ihn erschossen. Oh, du hast. Was, ich habe auch ein Level erreicht. Ah, okay. Gleiche, ich habe gerade den Hirsch. Du hast gerade den Hirsch, okay. Na ja, ich habe gerade den Hirsch erschossen. Na, dann hol dir mal den Hirsch. So, habe ich. Entschuldigung, Zombie. Boah, wir haben schon da 40 Fleisch. 40 Fleisch ist immer gut. So, was haben wir hier drin? Ein Sweatshirt, Aloe Vera Creme nehme ich mit, den Juckasaft nehme ich mit. Okay, du bist nicht. Ja, ich brauche sowieso noch ein Level. Also, ich brauche jetzt zwei Levelpunkte, um... Hm, ich habe schon zwei. Ja. Okay, warte mal. Ah, da kommt der. Hallo. Wir müssen... Ach, wir sind beim Händler schon vorbei. Oh, echt? Okay, also, wenn wir jetzt hier hinten in die Richtung gehen, dann ist neues Gebiet auf jeden Fall. Okay, warte, ich komme mal hinterher. Oh, da ist ein Hase. Nee, ein Huhn, gell? Nee, warte mal. Warte mal, jetzt muss ich schauen. Wir müssen... Hä? Wo ist denn? In die Richtung müssen wir da... Da weiter. Okay. Genau. Oh. So gut, warte, ich komme... Warte, es muss. Ja, ich sehe es. Lebt du mal noch? Jetzt nicht mehr. Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt gab es XP. Okay. Okay. Dann gehen wir in die Richtung weiter. Hier ist noch was drin. Dann muss ich noch mal gucken. Ich bin... City Fire Station 7. Genau. In die Richtung müssen wir weiter. Hier war man nämlich noch nicht. Genau, hier dahinter ist dann alles un... Unberührtes Gebiet, sagt man es mal so. Na dann. Ich snipe dir mal ein paar Zombies weg. Ja, ich auch. Jetzt haben wir hier eine Versorgungskiste. Oh, dann gucke ich da mal gleich rein, was hier drin ist. Ach. Ach, Yucca-Saft. Kann ich jetzt herstellen. Oder Tee. Naja, kann ich ja eigentlich schon. Ist nix Neues, ja. So, jetzt machen wir mal Müll. Das brauche ich nicht. Ah, hier ist noch ein Zombie. Hallo. Boing. Ich denke mal, das war's. Das war's. Okay. Äh, wo bist denn du hin? Du bist... 43 Meter hinter mir. Äh, bist du in die Feuerstation reingegangen? Ne, ich bin da weitergelaufen. Wenn du da jetzt nach... Da weitergehst, genau da rechts auf dem Hügel stehe ich. Weil hier kommt jetzt Gebiet, was man noch nicht... Was man noch nicht kennt. Also in die Richtung... Alles das, was in die Richtung ist hier, das ist noch... Ach, du bist noch gar nicht da. Ne, ich bin gleich da. Ach, da. Genau, hier so schräg durch... Ist aber eine Freidekasson. Genau, so schräg durch die Häuser hier. Da waren wir definitiv noch nicht hier. Also hier ist alles... Hier ist alles auf jeden Fall... Hier ist auf jeden Fall alles neu, ja. Warte, ich geh mal schnell den... Den Van hier looten, bevor wir uns um die Zombies kümmern. Ich kümmere mich schon mal um die ein bisschen. Eine Autobatterie nehme ich mit. Sehr gut. Okay, ich mach mit. Boing. Oh, den hat's zerfetzt. Oh. Hier kommen jetzt aber einige, du. Ja. Hallo, Bauarbeiter. Oh, danke. So. So. Bam. Auch schon? Oh, schade. Ja, ne? Anweilig. Hier kommt noch einer. Hier kommt noch einer. Gut, auch tot. Ich muss auch mal essen und trinken. Stimmt. Stimmt, da war ja was. Also auf jeden Fall habe ich einmal Aloe Vera Creme. Hier neue Verbänder. Okay, hier wollten sie gerade ein Haus bauen. Was haben wir denn hier schon? Oh, das hat wohl nicht so ganz geklappt. Ne. Nicht so richtig. Hm. Bisschen Beton. Mhm. Ah, ich habe noch Nahrungsvorräte gefunden. Cool. Sehr gut. Oh, ein dicker. Boing. War es das? Ja. Ich glaube, das war es. Hm. Hier hat so eine schöne Werkbank drinne finden, wäre cool. Boah. Boah, ich dachte, du willst das Hilfe. Was machst du denn schon? Ja, komm, Eltern. Komm, der hat ein Zombie-Reinsamer. Weg. Störfe. Ich habe ja auch einige. Boah. Boah. Sollen das ja? Oh mein Gott. Ist wahrscheinlich ein Hütter hier drin, ne? Ne, neben, links neben dem, links neben dem Haus. Hallo, die Herren. Oh, der lebt ja noch. Ja. Hey, hey, hey. Okay. So, ja, das ist eigentlich, das ist auf jeden Fall alles neues Gebiet hier. Ja, also hier war man definitiv noch nicht. Oh Gott. Ich habe mal hier einen Schalter aktiviert. Cool. Oh, hier gibt es Strom. Geil. Strom? Boah. Ne, ich habe gerade den Lichtschalter aktiviert. Hm. Okay, Schraubschlüsse, das ist dann alles. So, was haben wir denn hier schönes? Kühlbox, ne? Oh doch, hier ist eine Essensdose drin, das ist natürlich sehr gut. Schönes Haus mit Pool. Ja, nicht schlecht. Okay, ne? Also hier, ja. Ich muss mal gucken, was ist denn hier hinten in der Richtung? Ja, also hier hinten ist definitiv neu alles da, wo der Wasserturm und so ist. Okay. Okay, da kann man dann natürlich verordertes Fleisch und was eingebauten. Ich sehe es. So. Fernseher. Hallo, jemand da? Nein. Oh doch, hier oben ist jemand drin. Ja, Mann, ich habe die gesucht. Oder dann. Kannst du gerne nach oben kommen? Jo, ich komme gerade. Hallo, ciao. Oh, da liegt's noch. Oh. Jetzt nicht mehr. So. Oh, irgendwie ist hier. Boah. Hier ist doch ein bisschen hoch. Hier ist doch noch einer drin. Ne, danke. Aha. Okay, ein bisschen. Ja. Hm, das war nicht so eine richtige Ausbeute jetzt hier. Ne. Sieht noch mehr aus, als es ist, das Haus. Ja, ja. Okay. Hier geht's noch irgendwo lang. Ähm, wo bist du jetzt hin? Raus wieder. Unten. Nach unten. Okay, no. Hä? Ah, okay. Ich glaube, der ist draußen. Ah, ja. Was sind das ein Hund neben Bär? Oh, oh. Äh, ja. Ah, ich glaube, der ist in der Garage eingesperrt. Alles klar. Okay. Ah, dann lassen wir den mal lieber eingesperrt, oder? Lassen wir den da drin am besten. Okay, wir müssen hier sowieso in die Richtung hier weiter. Mal gucken, dass wir hier irgendwie... Oh, ach, den Vogel krehen. Boah. Meine Güte. Oh, ach, ha, ha. Okay, also das hier hinten ist definitiv alles neues Gebiet. Ich glaube, bis zu dem See war. Also, ich weiß nicht, ob du das bei dir schon oft... Ne, Quatsch. Warte mal. Und ich mal gucken. Hä? Bin ich damit in die Richtung, ja. Hier dahinter war man noch nicht genau. Also, ich glaube, auf der Farm waren wir schon mal. Ja. Und dahinter ist bestimmt nichts mehr. Da ist bestimmt Wald. Ich gucke mal schnell hier rum. Okay, ich weiß noch nicht. Und wir hier. Ja. Okay. Genau, hier können wir aber auch noch weiter gehen, auf jeden Fall. Hm. So, warte, ich komme mal um. Kommst du mal rum? Achso. Ja. Ja, da drüben in das Haus. Oh, hier ist wieder die... Ich weiß gar nicht. Ich glaube, hier ist die Pension warm. Ich glaube, hier waren wir schon mal. Möglich. Ich kann mich nicht daran erinnern, aber... Das Motel. Meinst du... Ja, stimmt. Meinst du, das ist die? Hm. Mal gucken. So aus, ne? Ja. Joa, schauen wir mal. So. Da, da... Ne Level 5 Steinachse, ne? Die nehme ich mal mit. Oh ja, die bräuchte ich. Ich habe nur ne Level 4er. Ich hatte nur ne Level 3er. Achso. Na gut, dass du dann ne Feuerachse hast. Ich hab jetzt auch ausgetauscht, ja. So. Okay. Ne, also hier waren wir noch nicht. Der Krankenwagen ist auch nicht gelootet. Oder das ist halt wieder gespawnt irgendwie. Das kann natürlich auch sein, ja. Auf jeden Fall müssten wir halt in die Richtung halt weitergehen nach hinten. Wow. Oh, Vorsicht, Hund, 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 Hund. Oh Gott, das ist gut. Okay, Hund nicht mehr da. Nein, gut nicht. Okay. Ja, ich glaube, hier waren wir schon. Das ist aber alles neu gespawnt hier. Ja, das kann wirklich sein. Das kann wirklich sein. Das kann wirklich sein. Da kommt man nicht durch. Automat, der bringt nichts. Gut. So. Ja. Genau hier hinten in der Richtung ist alles neu. Neu. also zumindest für mich ist hier alles neu sage ich mal ich glaube nicht auch bei dem bereich haben wir definitiv dann noch nicht nicht erkundet ja dann kommt hier hinten wohl neues stadtgebiet je nachdem wie groß ist erstmal gucken also ich hab hunger ja ich weiß muss mal was essen jetzt auch kurz was hallo da kam eine gibt es wieder meist so wie ich das sehe ja sogar ein bisschen was fertig sehr gut immer gut zwei pflanzen drei stück noch mal drei vier fünf kann auch was dauern muss ich auf jeden fall erstmal essen so hier ist schon wieder hier ist mit sicherheit ein hundtrenner ja ja der steht schon hier wackelt schon noch schwanz ja du brennst ich sehe das haa oder ist raus gekommen zu dir auch der haut ab so ein blödes er ist tot er gibt zumindest fleisch na ja deswegen würde ich vielleicht schon mal holen 17 stück jetzt nicht so der welt gewesen besser als nichts ich habe auch noch mal 40 stück doch ist es kommt mir irgendwie ein bisschen bekannt vor die form sind alle irgendwie gleich sind doch garantiert wildschweine oder war das nicht hier irgendwo hatte ich das erfahrung mehr ja gut hier ist alles offen da sind sie wahrscheinlich weggerannt ja hier sind wahrscheinlich keine mehr ja habe ich noch ein paar behälter ne habe ich nicht ok gegessen habe ich da kommt ein weiterer zombie aber wir können ja auch in die häuser jetzt hier immer halt reingehen ja genau ach du bist hier ok ja das ist die frage hier drüben ist eine form warte mal hier drüben war doch das glaube ich mit dem wildschwein oder stehen die noch da ne ne dann verwechsle ich das ok gut na gut auf jeden fall ist ja alles neu also hier können wir uns denke ich mal wirklich ein bisschen umschauen alles klar da ist noch so eine kirche nicht so was haben wir denn hier alles schönes ein cabrio ja ich bin mal das haus hören von da gehst du bis zu dort drüben ok hallo der herr tschüss der herr irgendwie ist jemand durchgebrochen ach ja ja hier gibt es ja nur eine sonne-grille schade hier wird es wieder kaffee kaffee geben kaffee nehme ich jetzt nicht mit kaffee nehme ich immer mit hinter uns den habe ich gerade bemerkt ich wollte gerade sagen der ist von oben runtergefallen aber kann auch nicht sein da ist ja gut du stehst du mal ich habe den bauplan für eine armbrust sehr schön arad lenker das haben wir alles schon glaube ich okay hier geht es noch ich glaube ich schon sind wir nicht so cool die auch noch eine stahlwerkzeuge gefunden ok sie bin ich sogar dem was schon mal gewesen und haben ja das kommt mir nicht bekannt vor hallo die damen wo sind die hinher gekommen von hier irgendwo weiß ich nicht genau ok noch ein bisschen hier jetzt nicht so berauschend hier ok gut dann gut gemeint weiter gehen wir halt weiter nur mal gucken wie wir herausgekommen sind genau wir sind ja hier durch die garage gekommen genau hier oben kommen auf jeden fall weiter gehen in die richtung oder wo ganz was manchen daraus warum man nicht bei so einer villa schon mal ich weiß es nicht man ja ich glaube ich auch nicht bei manchen häusern habe ich so das gefühl dass die wiederholen sich irgendwie ne ja also manche sind gleich aus ja tatsächlich gut dann da oben mit dem balkon und so ja das haus kommt mir nicht bekannt vor ich glaube das ist eine neue villa ja dann müssen wir hier mal reingucken mit böse die brauche ich jetzt nicht noch mal hier rein das habe ich schon ich habe eine stein schaufel level 6 also habe ich gefunden und ich nehme sie mal mit ja was machst du hier schon oder so ein paar freunde sollst du auch nicht so viel mitbringen das ist noch einer hinter uns auch ja das ist schon frech so was ja den was fallen lassen geschmierter stahl zwei stück gold rupen tee und bisschen muni ist auf jeden fall gut ein bisschen lachen und muni und steuer noch die kreis und gegen die kreis wäre zerstörter der krank woher geht es auf dem dach gibt es hier oben nur ein paar kisten ok nachher gibt es eine hausverröte und da draußen ist noch ein zombie geschmiedetes stahl und rahmenwürfel das lagerfeuer packe ich mal hier hin und nicht mal ein lagerfeuer gemacht falls noch ein bisschen essen vielleicht warten müssen oder soja ok dass man dann halt nicht nach hause rennen müssen sehr praktischer wir haben ja ein bisschen fleischung ja eben ich könnte das eigentlich könnte das eigentlich mal hier hinpacken so dann packe ich einfach mal ein bisschen holz rein und packe immer das fleisch rein das gleich brauche ich ja nicht reinpacken kann ich zwar nur verkohltes fleisch machen aber das hilft ja zumindest auch eben bis als nichts rezept heidelbeeren samen die fötter der brustranse level 5 habe ich gefunden ok also auf jeden fall ist das haus auch ein schöner spot um hier die folge zu beenden ja stimmt ich wollte noch bis das fleisch durchgebraten ist also ich bin in der garage noch ne falls der alles aber ich räume schon mal oben leer ok hier ist nur papier drin hier haben wir noch ein schränkchen mit einer dose wo ich zwar jetzt nicht unbedingt das fleisch und krill nehme ich mit der werfe unserer lagerfeuer gut gewesen ja stimmt also ich habe zuerst dreimal mit hast du nicht noch fleisch sogar 40 stück habe ich noch ok dann können wir uns theoretisch gesehen hier ein bisschen fleisch machen weil ich komme zurück ok dann genau dann kann man nämlich auch die folge hier beenden und dann kann man in der nächsten folge weitergehen guck mal ob du auf der ob du hier anderes fleisch braten kannst ich habe jetzt ist ja ich habe auch noch verkohltes wildbrett gefunden und alles das soll ich machen die grills fleisch oder ja genau acht stück kann ich machen okay warte mal ich habe noch zwei fleisch übrig wie viel fleisch hast du noch übrig keins alles klar gut dann würde ich sagen sehen wir uns hier in der nächsten folge dann geht es hier weiter und ja es wird nacht mal gucken was uns noch alles erwartet macht's gut tschüssi genau tschüssi